Damit dein Mundquart ausgespickt, wirst du die Wäschung rein. Das ist ein Wäschung da. Das ist natürlich geil. Letzten Sonntag war ja auch ein Wetter. Da hat er so einen großen Sitzsack mit dem Wasser. Der hat so Storopo-Kuppeln drin. Der hat so lange auftreten. Da habe ich mich einfach rein geflaggt und meine Füße ins Wasser kriegen. Und dann durch die Strömung von der Pumpe hatte ich das quasi mitgenommen. Da habe ich es bloß im Tränen drin gelegt. Ich habe ein Buch gelesen, das ist auch so schön. Das mache ich mal wieder. Perfekt. Ja, ich muss ja in unsere erfüllte Freibad gehen in Stuttgart. Weiß ich auch nicht, wie ein Killesberg-Burger oder so. Dann können wir die einfach Menschen morgen durch. Das machst du eigentlich. Ach so, die Füße. Die Heide zählt dann ein Stück raus. Das hat sie vorher auch schon gemacht. Ich bin ja auch mit Rutschen. Die benutzt du auch, oder was? Die Rutschen? Die sind ja auch mit Rutschen. 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 Eva, ich kann mich ja drinnen schon irgendwo hinsetzen, oder? Zum stillen und Tüderscherten. Die sind ja auch mit Rutschen. Die haben jetzt auf der Dienstbank geschossen. Ja, ja, gut. Danke schön. So. Jetzt klingt sie beim Essen, oder was? Hat er es verdient? Ich finde, wer so viel wegschneiden kann und damit wegfliegen, hat es sich verdient. Warum nimmt sie nicht eins von meinen Brustücken? Wenn sie dann ein Ergo kriegt, das weiß ich. Ich will eine Show dafür haben. Jetzt. Und weg. Und weg.